Jadys and Lantymen, welcome back zu Dead Island 2. So, Spannung purwillig. Ich will Blut, ich will Spannung, ich will nackte Frauen, ich will alles. Wie bitte? Wie bitte? Komm mal, ja, mein Freundin, ich zieh dir die Löffel lang. Ich hab zwar schon wieder vergessen, wie man tritt, aber ich zieh dir trotzdem die Löffel lang. Oh, das war ich. Ihr könnt ne Taschenblatt aktivieren. Ne, Bommi nicht. Nein, kann ich nicht. Geiler Spiegel, ich mag diesen Dracula-Look. Nick, geh voraus. Oh Gott, ja. Ja, ich hab wirklich bei dieser Ansprache... Ich kann nix sehen gleich, ne? Ruhe! Das ist halt nicht für ein scheiß Problem, ist mal ehrlich. Warum kniest du die ganze Zeit, Bommi? Weiß ich nicht. Wie! Hätte ich das vom Schrank gemacht, wäre der dann aufgegangen, ne? Nein. Schade. Das wär so ein cooler Funfact nebenbei. Mann! Blöde Saar! Stirb doch jetzt. Hallo, mach's doch nicht schlimmer, als dies ist. Ich glaub, der Freund hat... Wir hauen alles weg hier. Wir hauen alles komplett besinnungslos, bescheuert, was weiß ich was. Dann am Ende gibt's einfach ein Heimmittel, und alle anderen restlichen Zombies werden normal. Ich glaub, der Pro... Boah, ich... Wirklich, was ist denn heute mit mir? Der German Skilled Day. Ja, jetzt war's das mit dem... Geh's nur weg da! Hier, schlägt mich doch nicht so. Aber ich hab mir die Eier gehauen. Ob die das spüren? So, hier... So, rechnen wir jetzt hier mit eurer Kämpferei. Was? Jetzt geht hier links was auf, oder rechts? Da, ja, auf. Bleib da drinnen. Gib mir den Sack. Kein Bock, komm her. Au, au. Ne, die werden so komplett dumm geschlagen, ne? Ich muss gar nichts machen. Da... Hier hat was geleuchtet, aber jetzt leuchtet's nicht mehr. Hm. Hier ist ein Medikit. Löwe will ich. Wo muss ich drücken? Leute, hier durch! Gell? Drücken? Was, gel? Hier. Hier durch. Ich, ne? Ich hab' eine Chemie-Bombe. Äh... Warte, es geht, läuft nicht voraus? Sonst hat's doch wieder ein... Oh, scheiße! Hau ab! Warum verdreht's doch nicht? Ne, bei dem ist er aufpassen, es gibt solche Zombies extra, die brennen. Oh, jetzt brenn' ich. Dann geh' doch weg! Nein! Seh' jetzt nicht ein! Ach komm, ist er tot, heute aufzubrennen, oder was? Was ist er? Pokémon? So, dann lass' mal. Warte, ich hab' jetzt ne Chemie-Bombe gekriegt. Wie wechsel ich denn? Und jetzt? Ja, sag' ich doch. Du hast gar nix gesagt. Ah! Du, der Sack! Drecksau! Kein Plan, was der da jetzt schon wieder macht? Ich hab' schon wieder was gefunden, was man aufheben muss. Boah, schön scheißen gehen, geil. Was? Ich geh scheißen. Habt ihr das hier in dem Raum aus der Ecke schon? Was da im Raum in der Ecke? Da leuchtet was. Da leuchtet gar nix. Also hier hat was geleuchtet. Hier, genau hier, wo ich stehe. Hm, wo stehst du, warte. Ach, so, deine Notiz ist das ja, hebt die auf. Hm, nö, wenn wir nicht, ich hab' schon aufgehoben, keine Ahnung. Wie war Herbert da so in seine Tasten? Das ist Barbie. Wusste ich nicht, dass du Turnier spielst? Nein, aber ich nehm' alles mit, was ich mitnehme. Oh! Hier ist ein Bré. Immer bei mir auch, rülks. Aber auf dein Zimmer jetzt. Feierabend hier. Aber den Stuff, den er hier hat, den er nämlich noch... Ha! Hä? Voll daneben gesprochen, ist sie dumm. Oh Gott. Oh Gott, Frau Benno ist sehr unstabil. Aber, jetzt ehrlich. Ich hab' schon wieder vergessen, wie man tritt. Das ist dann drin, ehrlich. Äh, 3. Äh, 3. Äh, 3. Äh, 3. Das ist, das ist, das ist... Äh, äh, unverständlich hier. Ah, funny. Kein Protein-Powder, kein Skier-Joghurt, nichts fallen gelassen. Im Sinne. Äh, ne, ich geh erst hier rein. Ich hau' dich so. Oh, nice, 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 nice. Was denn? Ein Jagdmesser, hab' ich hab' gefunden. Ja, tu' man schluckt. Oh, das kann man herauskriegen, ich hatte das, oder? Ach, du, mach' dich schon. Ich kann's gerade mit dir, bist du das? Jetzt, ne Glurreich, Tritt. Hm. Können wir wieder energy. Ja, muss auch mal sein, ne? Ja. Alte Drecks auch. Was sind dann Kiemen-Küppen? Boah, schön, Herzrhythmusstörungen. Ja. Geil. Charmanthus. Das schmeckt sus. Charmanthus. Ah! Was, wir sind jetzt schon wieder da hingekommen, ey? Nee, das ist doch mal ein Mal nicht hin. Nee, jeden Raum hier angucken, ne? Oh. Ja, scheiße. Der Boden ist Lava, muss ich jetzt hier in dem Raum spielen, oder wat? Ja. Der Haro ist auch Lava. Iiii. Wird sich irgendwer an Wellness-Bad gegönnt, auf sadistische Weise. Okay, nein, 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 nein. Hilfe! Ich bin tot. Jawoll, johle, oah. Ich habe einen Kalender. We are in problem, big problem. I got you my name. Danke, Shit. Man, ich komme in den Raum rein. Ja. Was spritzt mich jetzt? Dann lauf ich einfach durch. ein axt und was kostet achsel muss man denn dadurch laufen nein aufs maul du machst das du machst das schon nein ich habe ein hebel benutzt wollen wir ein rat mutterschlüssel haben ich kann dir nicht nehmen aber mein inventar voll ist aber was habe ich hier lager spinnt aber wenn ich das jetzt hier reinpacken ist das dann überall in mein lager oder nur hier nein überall kann ich sachen verbessern hier hier so klar jetzt knallen wir mal rein in der olga ne boah das gefällt der olga immer wieder äh ich würde das gerne reparieren dankeschön ich mag den schlagstock tatsächlich das war reparieren und dann hochballern und jetzt schaden 202 da 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 ja hä warum was habe ich jetzt gemacht hilfe ist nicht dumm hochgerade jetzt verbessert er einmal alles ok was kann ich denn herstellen also doch du kannst deine machete reparieren ja nicht alle aber die elektronik nicht alle was fehlt mir elektronik teile ich habe doch gerade aber ich checke ich jetzt ich habe irgendeine kacke gebaut ist mir egal ich brauche aber nicht alles hiervon ich lagere das ein ich bin gar kein fan von den dingen hier das lagere ich ein das lagere ich ein weg damit weg damit weg damit aber wenn ich das recycle kriege ich sachen dafür ne ja oder du kannst auch verkaufen bei carlos nix das kann ich auch verballern zack weg damit den ballern wir auch weg das lasse ich so ok der kommt weg der kommt auch weg braunix wo geht es hier lang wenn ich da nicht lang kann oh jetzt zeig ich euch easter sein egg zeig mal easter sein egg ich habe eine neue fähigkeit du hast nix da ist nix ich darf doch ja wohl gucken oder nix so ich könnte mitkommen Junge was hast du da denn alter Poseidon ist nillensperr was geht jetzt hier zeig mal easter sein egg aufseiten ihr kannst du waffen droppen boah warte lass mal gucken daja es geht ich habe meine machete wieder ja aber dann habe ich was für dich ach 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 wie ging das ah äh oh warte ich stelle mir noch kurz medikit her du kriegst nix nein ich stelle mir nur kurz medikit her du kriegst nix ah du kriegst das hier ablegen ne ich habe nix womit ich das herstellen kann oh oder warum klappt das denn jetzt nicht warte anh study ach ach ich hab fünf stelle ach כל Leave oh nein du hast ja sieben vor kann ich da lifts oh nein du musst nigone bendENTS aber ich würde jetztaringloNE gab any ben level 5 ja wie ich need ma medikit scha pec ich brauche city ja du kannst sie pedestal deswegen ohne du was habe ich irgendwas für euch könnte ist das abdrücken applaus eingelaufen ich bin den fahrstuhl hochgegangen der explodierte 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 aber auch nicht so hoch man soll doch hoch aber hier gibt es ein kleines easter und da gibt es ist doch zombies hier oben los hat er jetzt damit zu tun ist er ehrlich hast du safe lehrgeräumt welchen safe da ist ein safe woher ist ein safe ja ach so da habe ich ja ja gibt geld geld schwarz gehen hier laufen ich verwandle mich finger und Du kriegst noch 1,5 Perle als Waffe. Das wäre, ich würde die benutzen. Das wäre der Bringer hochziehen. Hier ist eine Notiz hinten. Ich kann nichts sehen. Ja, lauf mir hinterher, komm. Hä? Wo ist die Elektroberung? Ja, aber ich sehe bei dir auch nur Pfeile. Hä, du siehst mein Licht nicht? Nein. Laber. Nein, du dumme Sau. Da, ja. Ich kenne auf die. Tretet ihr auf die? Wie könnt ihr auf die treten? Nein, ich habe mich auf sie getreten. Ich verarsche mich so. Ach, nee, das war schon fertig. Ey, Carla hat einen leichten Akzent, okay? Das ist so random. Puta madre. Wurde das Übersetzung? Nee, ne? Nein. Das hat nicht versendet. Ich kann mir sagen, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Mutter einer freundlichen Person. Genau. Tochter einer freundlichen Person. Nein, madre ist Mutter. Ja, puta de madre heißt, die Tochter einer, sagen wir mal Bordsteinschweide jetzt einfach. Oh Gott, der muss doch ja wieder direkt... Schweide. Ey, sag doch, dass hier irgendwer hingegisst hat. Hier wird das jetzt tun wir nicht so. Ah, machst du mich so preis, ja? Ich raute den so oft seinen Maul. Ich weiß nicht, wo der da wieder der Kampf der... So, und jetzt, wie ich euch sagte, halt nach den Schlüsselausschau. Guck mal, Bambi kommt und schon ist die Sache hier erledigt. Ich würde ja hier reingehen, aber ich sehe ja nicht. Bambi, Schlüsse suchen jetzt. Na, ich nehme erst mal noch mal ein bisschen schrottig hier rein. Nein, das ist meinst du hier. Und Chemikalien. Du bist weg. Nö. Ich hab schon, ich hab schon. Ach, ach, Mann. Oh Gott, weg, 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 hier. Ich hab's noch geschafft. Das war gerade so, ne? Ach Gott, das war auf die Sekunde genau. Ach, nee, ey. Oh, Bockuhr. Hier ist noch ein bisschen Mappe. Brauchst du ein bisschen Wasser? Nee. Hier ist noch ne dicken... Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Schlüsse mit Wustik. Kämpfe um mein Überleben und die machen sich darüber irgendwie... Ach, nee. Wenn ich deine Intelligenzquote hätte, würde ich auch den ganzen Tag über mein Überleben kämpfen. Also jetzt ist gut, ne? Ey, hör mal, mein Freund. Nur weil ich den leichten Akzent hab, ne, heißt das nicht, dass du hier rassistisch werden musst. Was hat das mit Rassismus zu tun? Ja? Nee, nee, nee. Komm. Es reicht nicht mit dem Video. Da stellen wir sowas nicht. Doch. Ehe, eh, 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 eh. Ehe, eh, eh. Hat einer von euch nen Elektronikteil? Du kriegst gar nichts mehr von mir. Ich brauche ein einziges. Ja? Such! Bitte. Nix. Ich brauche selber. Ich brauche wirklich selber. Ich hab' keine. lisa das hier ist vom apokalypse weißt du jeder sucht seinen staff und du weißt das alles bisschen knapp hier ich brauche nur ein einziges damit ich wusste kann leute also ich habe ich habe aber ehrlich keines mehr glaube ich ja ich bin die dinger elektronik teil ich habe leider nur 22 reichen ich kann keine droppen kann man echt nicht nein da haben wir aus deinem leid gelernt was ein bullshit sein leid konnte auch items droppen wo das war alles geil zum duplikaten ehrlich man hatte alles gerade mal spiel angefangen hatte alles das ist das einzige was mir noch fehlt das nervt elektroteile kriegst du bei diesen alarmanlagen wenn du die kaputt machst ja ich habe noch nie eine kaputt gemacht naja nächstes mal wirklich es ist so cool mit euch zu spielen was denn wirklich nächstes mal ihr lauft immer vor lässt mich immer nicht vorgelaufen edler lederkoffer schüsselt ich bin elektro geschockt elektro schock ich auch so jetzt machst du so korrekt immer ich kriege ich brauche nicht offen wird ja gut ich würde sagen das war es an dieser stelle vielen dank fürs zuschauen das gerne keine bewertung da wir sind der nächsten folge wieder bis dahin wünschen wir weiterhin alles gute und tschüss